Der Sinn verschimmelt und die Form verfault. Sie haben wohl Angst, dass ich Schauspielerin werden will. Was hat er denn? Ich liebe Konstantin. Herrlich! Jedes Wort, das Sie sagen, jetzt und hier, jedes Wort, das ich sage, schleppe ich wie ein Eichhörnchen in meine kleine Vorratskammer, in mein kleines Versteck hier oben am Schädel. Diese Liebe muss aus meinem Herzen vollständig und ohne jeden Rest. Ja. Ein schlüpfliges Talent! Ihre Moskau- und Petersburger Verehrer lassen Sie sehr herzlich grüßen. Trigorin! Bitte bringen Sie Irina Nikolaevna auf Ihr Zimmer. Konstantin Gabrileitsch hat sich erschossen. Kornalmüller bis zum nächsten Mal. Kornalmüller 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 Kornalmüller